Hey Leute, hier ist Ledator und herzlich willkommen zum YouTube-Duell mit Orca Chess. Wir haben schon mal eine Schnellschachpartie, beziehungsweise zwei Schnellschachpartien miteinander gespielt. Und dieses Mal spielen wir Blitz, vier Partien. Und ich bin gespannt, was er spielt. Er zieht als erstes E4. Und er ist ein sehr starker Spieler, das haben wir schon gesehen. Er hat auch schon unter anderem Titelträger bezwungen. Das war wirklich sehr eindrucksvoll. Von daher haben wir es hier mit einem sehr starken Gegner zu tun. Und ich behaupte, dass die Zahl, die hier steht, noch relativ unterpunktet ist. Und dass seine Spielstärke noch ein gutes Stück über den 2-1 liegt. Und von daher müssen wir heute versuchen, alles zu geben. Ich freue mich auf eine sehr spannende Partie. Er zieht E4 und ich antworte natürlich E6, die französische Verteidigung. Und okay, er spielt das gleiche wie das letzte Mal, auch wieder mit Dame nach E2. Und ich spiele wieder Springer nach F6. Okay, er geht dieses Mal sofort nach vorne. Das ist natürlich etwas überraschend, weil das hat er das letzte Mal nicht gemacht. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Okay, spielen wir mal D6. Ich möchte hier aus dieser gedrückten Stellung ein bisschen rauskommen. Soll ich hier tatsächlich Springer nach E7 spielen, nur um den geplanten Aufbau wiederzumachen? Oder Springer nach B6? Sieht natürlich aus. Okay, spielen wir Springer nach B6. Die Stellung hatte ich, oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diese Stellung so jemals hatte. Also das ist absolut neu. Klar, das Zentrum stärken, das macht Sinn. Hier C5 vielleicht. Dann kommt auch vielleicht D5. Na D5, ja. Hm, vielleicht dann hat er hier einen Abzug. Sollte ich lieber Läufer nach E7 spielen oder lieber D5. Nach D5 kommt vielleicht C5. Aber vielleicht kann ich C5 mit B6 aufhebeln. Vielleicht ist das noch die sicherste Variante, dass ich ihm hier diesen Vorstoß erlaube. Aber danach nach Springer hierhin hoffe ich, dass ich irgendwie aus dem Ganzen wieder rauskomme mit vielleicht erst C6 und dann B6. Aber ich stehe hier etwas zusammengestellt, sag ich mal, oder relativ eng hier auf diesen beiden Reihen. Okay, erstmal C6 und dann dachte ich B6, um den Springer wieder zu befreien. Läufer nach E7 und roschieren. Okay, jetzt spielen wir erstmal Läufer nach E7. Und jetzt vielleicht B6. Spielt er dann A3 später, vielleicht auf A5. Wobei der Turm dann immer nicht gedeckt ist, außer er zieht erst den Läufer. Okay, ich spiele mal A5. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen, weil er darf jetzt nicht roschieren. Weil sonst kommt Läufer nach A6. So ein kleiner Trick. Den habe ich da noch, aber... Okay, die Stellung, wobei ich sein Läufer, ich finde sein Läufer auf der Diagonale nicht so gut wie auf der. Aber jetzt hat er doch hier Dame und Turm auf einer Linie. Das war ja meine Falle. Also Läufer nach B2. Also ich hätte ihn an seiner Stelle da gelassen, weil der stand doch da ganz gut. Genau, okay, nimmt er zurück. Okay, dann wollen wir so viel wie möglich abtauschen. Und in ein hoffentlich gewonnenes Endspiel gehen. Aber noch ist es ein gutes Stück bis zum Endspiel. Das darf man nicht vergessen. Da kann noch vieles passieren. F6, ich möchte mich hier aus diesem Klammergriff befreien. Gut, dann machen wir hier zu. Wir machen zu. Auch wenn es dann eine ganze Welle dauern könnte, bis dieser Springer mal aktiv wird. Aber ich habe einen gewissen Materialvorteil und die Läufer so stark sind sie nicht. Denn das Zentrum ist verstellt. Und solange das verstellt ist, können die Läufer noch nicht ihre volle Wirkungskraft entwickeln. Und der Springer ist noch nicht entwickelt. Jetzt ist er entwickelt. Ich tendiere zu Dame nach A5, nebst Springer nach A6. Okay, Splits, da muss man schnell ziehen. Da kann man, also man muss nicht, aber man sollte zügig ziehen. Denn die Zeit, die läuft nun mal. Okay, ich denke, ich stehe hier besser. Wahrscheinlich stehe ich auch auf Gewinn. Aber ich muss aufpassen. Weil, wenn ich hier einen Fehler mache, dann kann sich das ganz schnell wieder ändern. Aber meine Springer gefallen. Ich möchte meine Springer aktivieren. Springer nach A6 möchte ich, aber dann hat er vielleicht da irgendwie, dass er mich da fesseln kann. Kann er mich dann nochmal angreifen? Also ich habe ja immer noch Turm nach A8 und kann den verteilen. Ich sehe nicht auf die Schnelle, wie er den Springer nochmal angreifen kann. Da müsste er einen Springer auf dieses Feld kriegen. Und das kriegt er aktuell nicht auf die Schnelle. Von daher hoffe ich, dass mein Springer nicht verloren geht, wenn ich den jetzt hier hinziehe. Okay, ich habe Glück. Dann mache ich mal Turm nach B8. Und hoffe, dass ich zu Springer B4 komme. Weil dann könnte ich seinen starken Läufer abtauschen. Das wäre mir natürlich sehr recht. Oder zumindest meinen Springer aktivieren. Ja, das lässt er nicht direkt zu. Dann spiele ich mal Läufer nach B7. Stellt einfach die Figur ein. Ich muss Turm nach A8 spielen, dann wäre alles gut gewesen. Ah, das ist ja ärgerlich. Das ist ärgerlich. Da gebe ich ihm einfach eine Figur zurück. Das ist natürlich nicht gut. Ich denke am besten ist es, wenn er mit der Dame nimmt. Ja. Mhm. Und ich kann da hinten nicht nirgends angreifen. Also muss ich mich zurückziehen. Oh, Läufer A5. Läufer A5 sieht sehr stark aus. Da muss ich mich schon zurückziehen und muss in ein solches Endspiel gehen. Das ist natürlich hier. Das ist ziemlich schade, dass ich hier so eine gewonnene Stellung hier wieder wegwerfe. Das ist schon schade. Naja. Okay, ich versuche jetzt noch mein Bestes. Noch bin ich erst, noch bin ich nur Einbauer im Nachteil. Okay, wir versuchen hier alles, um irgendwie was aufzuknacken. Ja, er drängt mich hier gut zurück. Mhm. Hm. Hm. Habe ich die Qualität erst mehr gehabt und dann gebe ich wieder alles her. Das ist natürlich super optimal. Und die Zeit, die rennt auch schon wieder wie verrückt. Hm. Was habe ich hier für Tricks? Möchte hier irgendwie meine Figuren aktivieren, aber ich komme nicht wirklich dazu. Hm. Läufer da hin. Genau. Ja, aber ich beschäftige ihn noch. Also noch ist das, zumindest habe ich noch so ein bisschen Zugmöglichkeiten, sage ich mal. Gelinde gesagt. Aber jetzt muss ich schon den abtauschen. Das ist ja schon. Wobei, jetzt hat er zumindest nicht mehr das Läuferpaar. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ah ja, da hat mein Turm schon fast keine Felder mehr. Ich möchte meinen Turm aktivieren. Kann ich ihn jetzt hier ziehen und dann auf diesen Bauern Druck ausüben. Probieren kann man es mal. Nach dem habe ich noch den vielleicht. Das sehe ich so auf die Schnelle. Er gibt ihn her. Er gibt ihn her. Ach, jetzt rennt der auch noch. Jetzt will der auch noch rennen. Da müssen wir das opfern. Und hoffen, dass wir... Na, da kann man nicht mehr hoffen. Ich glaube, das ist verloren. Hm. Ja, ich weiß einfach nicht, was ich da noch machen soll. Es ist einfach... Ich glaube, ich kann diese Partie... Leider muss ich die wohl aufgeben. Das hat er geschickt gemacht. Dann würde ich sagen, geht es direkt zur zweiten Partie. Na? So, Revanche. Ah, da habe ich erst eine Qualität mehr und dann lasse ich einfach eine Leichtfigur stehen. Und das, obwohl ich davor noch gesagt habe, Turm nach A8 rettet eigentlich. Also Turm nach A8 wäre eigentlich, denke ich, nicht das Problem gewesen. Danach sollte Weiß weiterhin auf Gewinn stehen. So, jetzt mal schauen, ob er wieder Springer nach D7... Ja, er spielt wieder Springer nach D7. Und ich ziehe wieder hier ins Zentrum. Er nimmt... So, und jetzt spiele ich anders als beim letzten Mal. Jetzt nehme ich nämlich da. Okay, er nimmt mit dem Springer. Hm, was habe ich denn da nochmal überlegt? Wenn er mit dem Springer... Ich dachte, er nimmt vielleicht mit dem Bauern. Wenn er mit dem Springer nimmt, dann entwickle ich mich einfach. Ja, das probiere ich mal. Entwicklung ist immer gut, habe ich mal gehört. So, und jetzt sollte Weiß doch eigentlich ganz okay stehen. Hoffe ich mal. Mhm. Hm, C4 ist das natürliche Feld, aber man kann, glaube ich, auch A4 spielen. Hm, okay, spielen wir C4. Das ist vielleicht die dynamischere Variante, weil jetzt hat der Läufer mehrere Rückzugsfelder. Kann vielleicht... Ich überlege gerade an Springer A5. Da kann er notfalls wahrscheinlich immer noch nach E2, falls ich den Läuferabtausch gar nicht möchte. Oder nach B3. Aber vielleicht spielt er auch was ganz anderes. Oh, okay. Dann fessel ich mal diesen Springer. Und er kann nicht F6 spielen, weil der Bauer an den König gefesselt ist. Also eigentlich, die Stellung müsste auch wieder gut sein für mich. Ja, so. Oder es sieht mal gut aus. Okay, okay, das ist mutig. Mhm. Das ist ziemlich mutig. Gut, dann gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Falls er A5 spielt, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, A3 zu spielen. Und der Läufer kann dem Ganzen entfliehen. Ah, C5 war die Idee. C5 war die Idee. Das ist eine interessante Idee. Aber wie komme ich? Moment. Ich möchte nicht, dass er zu C4 kommt. Ich... Hm. Oh, sein Springer steht nicht so. Also gut, dann tausche ich diesen Läufer ab. Gegen den eigentlich seinen schwachen Springer. Aber danach habe ich einen starken Springer im Zentrum. Oh, aber der Bauer hängt. Hm, den kann er dann vielleicht nehmen. Oh, bei. Also, aber meine Figuren stehen dann zumindest gut. Und er hat seinen König schon ein bisschen aufgerissen. Der Bauer ist immer noch... Er steht immer noch da hinten. Von daher... Er nimmt den Läufer nicht. Er nimmt den Läufer nicht. Das wundert mich. Dann spielen wir Springer da hin. Springer, pardon. Läufer da hin. Jetzt ist der angegriffen und der Springer ist gefesselt. Jetzt kann ich ihm so zumindest ein bisschen Probleme machen. Und jetzt geht eben dieser Trick... Okay, aber jetzt ist doch... Der Bauer hängt jetzt, oder? Weil jetzt hängt auch der Turm. Also das sollte ich doch jetzt hoffentlich nach Hause fahren. Also wenn ich das jetzt auch wieder verliere, aufgrund von irgendeinem komischen Fehler. Das wäre schade. Aber wer weiß, was passiert. Okay, dann nehme ich den mal so rum. Und hoffe, dass ich jetzt meinen Vorteil bewahren kann. Denn beide Turme sind aktuell angegriffen. Und ich habe einen starken Zentrumsbauer. Und dieser Bauer steht immer noch am Brettende. Von daher hoffe ich, dass das doch jetzt reichen sollte. Spielen wir mal prophylaktisch. Turm nach B1. Vielleicht nicht der starkste Zug sicherlich. Aber ich möchte hier einfach meinen Gewinn nach Hause fahren. Oder meinen Vorteil nach Hause fahren. Ja, okay. Aber ist das für mich... Also schlimmstenfalls verliere ich den Bauer. Okay. Und den verliere ich vielleicht auch so oder so. Das kann sein. Aber das wäre okay. Das wäre für mich in Ordnung. Da würde ich jetzt nicht trauern. Darum sichere ich mal noch den Bauern noch ein bisschen mehr. Oh, jetzt kann ich vielleicht Läufer da hinspielen. Kann ich da hinspielen mit dem Läufer. Ich sollte mir vor allem ein Schlupfloch machen. Mir gefällt das gar nicht, das hier. Aha, aha, aha. Und danach ist mein Plan Springer nach E4. Und dann möchte ich meinen Materialvorteil versuchen zu verwirklichen. Oder was heißt verwirklichen, aber eben zu halten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich später D6 spielen will. Weil dann wird dieser Läufer stärker. Das ist vielleicht... Vielleicht ist es gar nicht so gut. Ich möchte ja, dass er hier vielleicht nimmt. Weil den wird schwierig, dass er den bekommt. Wobei vielleicht... Also er kann ihn schon nehmen. Aber danach ist dann dieser Läufer hier gefesselt, weil er nicht wegziehen darf, weil die Dame dann hängt. Das wäre mir vielleicht ganz recht, wenn er den nehmen würde. Ich möchte auf jeden Fall eins, die Stellung vereinfachen und in ein gewonnenes Endspiel abwickeln. Das wäre mir das Liebste. Läufer da hin. Aha, aha. Mhm. So, ich möchte jetzt nicht wieder eine Leichtfigur einstellen, so wie beim letzten Mal. Jetzt spielen wir mal den. Ich glaube, ich muss jetzt auch mal hier ein bisschen anfangen zu tricksen. Weil sonst geht das hier noch ungut aus. Wobei, ich überlege gerade, ob B4 vielleicht ein Problem. Vielleicht hätte ich lieber A6 spielen sollen. Okay, da droht nicht... Was droht... Okay, dass er den Bauern kriegt. Das wäre ja... Das wäre aber okay. Also da wäre ich okay damit. So, Springer... Hm. Wie sieht Springer da hin aus? Hm. Also ein Läuferpaar ist schon noch ziemlich stark. Jetzt spiele ich den Turm, spiele ich den Turm wieder zurück. Mit der... Na, mit der Idee vielleicht hier mal irgendwann... Wobei, vielleicht war das... Ich komme noch nicht so wirklich weiter. Vielleicht hätte ich doch lieber meinen ursprünglichen Plan nicht Turm E1 verfolgen sollen. Und jetzt steht der Läufer so ein bisschen bedrohlich. Also er zeigt auf meinen Turm. Hm. Was ist, wenn er jetzt hier nimmt? Ja gut, dann nehme ich hier raus. Also wie gesagt, wenn ich einen Bauer wieder hergebe, das ist alles in Ordnung. Da fühle ich mich wohl damit. Geht... Ja. Mhm. Greift hier an. Hm. Springer hier hin, schwebt mir vor. Das probiere ich mal aus. Hoffentlich habe ich jetzt nichts übersehen auf die Schnelle. Seine Dame hängt, von daher kann er nicht hier schlagen. Danach will ich C6 spielen. Pardon, C3. Und die Stellung stabilisieren. Die Stellung stabilisieren, so gut es geht. Okay, er greift meinen Springer an und er greift... Dann gehen wir wieder zurück. Und er greift den Bauern hier an. Wenn er den jetzt nimmt, kann ich hier nehmen. Also bei ihm hängt auch dieser Bauer. Und Turm B1 ist auf lange Sicht auch eine Idee. Ich muss natürlich erst meinen Springer retten. Aber falls die Dame hier jemals nehmen sollte, vielleicht kann ich da der Dame ein bisschen Probleme machen. Mhm, mhm. Ja. Muss ich den spielen? Also ich habe eh keine Zeit mehr. Ich muss hier schneller spielen. Genau den habe ich mir überlegt. Und dann hatte ich gedacht, dass ich hier vielleicht irgendwie aus dem Ganzen wieder rauskomme. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sobald er hier nimmt, habe ich nämlich hier ein Schach. Oh, das ist gefährlich, was er da macht. Das ist sehr gefährlich. Aber ich muss halt auch sehen, wie ich es ausnutzen kann. Und ich sehe es noch nicht auf die Schnelle. Und die Zeit, die rennt wie verrückt. Sie rennt mir davon. Mhm. Jetzt haben wir hier ein Schach. Mhm. Noch ein Schach. Ähm. Machen wir mal den. Oh, der war schlecht, weil jetzt hängt der. Ja. Machen wir mal den. Ah, das habe ich übersehen. Ah. Also dieser Zeitdruck. Okay, also jetzt ist eins klar. Ich muss schneller spielen. Ansonsten komme ich hier unter Zeitdruck und gebe gewonnene Stellungen vollkommen her. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Hm. Okay. Mhm. Okay, dann spielen wir jetzt die normale Variante mit. Springer nach F6. Und jetzt C5. Hm. Mhm. Ich habe da mal bei einer Partie in der Oberliga gesehen, dass hier jemand B5 gespielt hat, nachdem D3 gespielt war. Und ich habe mir das näher angeschaut. Und erst da ist er schon ziemlich riskant. Aber dann habe ich gesehen, dass die Stellung eigentlich gar nicht so schlecht ist für Schwarz. Wenn Schwarz sich dann ganz normal entwickelt, dann hat er hier schon ein recht gutes Übergewicht und mit Läufer nach B7 ähm, steht Schwarz eigentlich ganz in Ordnung. Spielen wir mal A, C. B5 hätte ich hier wahrscheinlich spielen sollen. B5 wäre wahrscheinlich stärker gewesen. Ha. B5 wäre wahrscheinlich stärker gewesen. So, den Bauern, den möchte ich auf jeden Fall verteidigen. Und ich möchte vor allem verhindern, dass er irgendwie nach D6 kommt, aus der Springer. Und deswegen, hm, spielen wir Dame nach A5. Mhm. Und dann die Rochade. Zwei Partien und gut gestanden und beide trotzdem noch am Ende verloren. Das ist schon, das ist schon ziemlich bitter. So, jetzt kann ich aber B5 spielen. Aber dann kommt da mit Springer nach B5, ne? Dann nehmen wir hier einmal. Nehme ich nochmal. Der Dame darf er nicht nehmen. Ah, doch, darf er sogar nehmen. Ging ja sogar. Okay. Hm. Muss ich überhaupt reagieren? Ich muss nicht. Ich möchte jetzt erst noch sehen, wo er seinen Läufer hinzieht. Ob er ihn nach, vielleicht nach F4 zieht. oder nach G5 oder nach D6. Partei D3. Er nimmt. Ich nehme einmal zurück. Er geht noch einmal nach vorne. Hm, hm. Gehe ich hier hin. Nimmt er hier nämlich mit dem Turm. Oder vielleicht, Moment. Nehme ich, dann nehme ich, hm. Ja, ich sollte ihn mit dem Turm nehmen, weil sonst die Dame hierhin kommt. Der Läufer ist gedeckt. Die Grundreihe ist hoffentlich auch noch ausreichend gedeckt. Hm. Schlagen hätte ich natürlich nicht dürfen, weil sonst Schach kommt und dann der Springer hängt. Sonst hätte ich das gern getan, aber das geht leider nicht. Also das können wir schon mal in Vorzug machen. Weil sie hier mit dem Bauern nimmt, muss ich. Muss ich so nehmen. Kommt jetzt Springer hierhin vielleicht. Dann gehen wir wieder zurück. Ja, hm. Ja, das hat er schön gesehen. Das, äh, hat er schön gesehen. Läufer schlägt, reicht, hm. Obwohl, obwohl. Obwohl, das ist noch nicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mein Läufer deckt auch das ab. hm. Vielleicht habe ich auch mal die Möglichkeit zu Springer nach D4. Wobei, natürlich muss ich erstmal auf meinen Läufer aufpassen, aber Nusa als Idee. Den Springer möchte ich gerne weg haben. Vielleicht sollte ich auch H6 spielen. Sein Turm hängt immer so ein bisschen, sobald er die Dame von der Linie runterzieht. Hm. Aber ich sehe jetzt auch für ihn nicht konkret, wie er weiterkommt. Sein Springer steht ein bisschen im Abseits. Der Läufer macht noch nicht so viel. Okay, er rettet erstmal seinen Turm. Ich möchte eigentlich gar nicht mal meinen Läufer retten. Läufer hierhin sieht interessant aus. Läufer dahin sieht interessant aus. Und das mache ich auch. Moment. Dann kommt Springer dahin. Schach. Doppelschach. Und dann kommt da nicht das Matt, weil der Turm drauf ist. Okay. Also dieses Doppelschach mit Matt klappt nicht, weil der Turm drauf ist auf dem Feld dann. Ich muss dann mit dem Springer nehmen und dann kann der Springer nicht hier Matt geben. Also ich meine, das erstickte Matt, das geht nicht. Na, aber jetzt hängt ja der Springer. Jetzt hängt ja auch der Springer. Hm. Aber ich habe vielleicht, vielleicht habe ich, boah, es ist ganz schwierig. Er steht hier sicherlich besser, wahrscheinlich sogar auf Gewinn. Er hat weniger Zeit. Hm. Mhm. So. Jetzt ziehe ich mal den. Wenn er von der Grundreihe nämlich weg geht, dann droht hier einiges mit Schach und danach hole ich mir den Läufer ab. Dann muss er schon fast Turm nach F8 spielen. Ich glaube, das ist sogar der... Dein, okay. Hm, die Dame, die gefällt mir nicht. Gut, spielen wir es so. Ich habe wenig Zeit. Er hat noch weniger Zeit. Ähm. Er nimmt da einfach. Ich spiele mal den. Ja, wenig Zeit. Aber immerhin steht mein Springer gut. Ich habe hier so ein bisschen Ideen. Hier Ideen. Es wäre jetzt eigentlich nur gerecht, wenn ich jetzt gewinnen würde, jetzt mit weniger Material, dafür, dass ich vorher mit mehr Material noch verloren habe. Das wäre eigentlich gerecht. Spiele ich jetzt mal den. Ich sehe nicht, wie ich richtig weiterkomme. Sein Springer spielt aber auch nicht so richtig mit, von daher ist mir es nicht so ganz klar. Ich muss schnell spielen jetzt. Ziehen wir so. Sein Turm hängt. Zum Glück. So. Jetzt hoffe ich doch, dass ich jetzt das überlebe. Das gibt es doch nicht. Schach, dann ziehe ich da rüber. Ich weiß es nicht. Wie komme ich da denn noch raus? So, jetzt habe ich aber seinen Turm. Na, jetzt habe ich zumindest seinen Turm. Jetzt habe ich seinen Turm. Und jetzt kann ich hier mal ein Schach einstreuen. Dann nochmal ein Schach und versuchen ihn aus der, aus der Verteidigung raus zu jagen. Ich glaube, jetzt ist es gewonnen für mich. Das ist gewonnen. Das ist auf jeden Fall gewonnen. Matt. Ja, würde ich sagen, war jetzt auch gerecht. Also gerecht im Sinne dessen, dass ich hier zwei Partien davor, die eigentlich für mich besser waren, dann so verloren habe. Aber so läuft es nun mal im Schach. Manchmal, manchmal gibt man eben auch die eigentlich bessere Position her. Und das gehört nun mal auch zum Schach aus. Das macht nun mal auch das Schach aus, dass man eben auch, wenn man im Vorteil sich befindet, das dann auch verwerten können sollte oder probieren sollte. Und wenn der Gegner es schafft, das auszunutzen und dann für sich stattdessen verwertet, dann ist das auch verdient. Klar. Also das hat er sehr schön am Ende da rausgespielt in den ersten beiden Partien. Von daher, jetzt versuche ich, ich stand jedes Mal jetzt irgendwie besser, dann meistens zum Mittelspiel hin oder so. Und jetzt versuche ich das, wie in der letzten Partie, auch wieder zu verwerten. Ich hoffe, es klappt. Spielt er wieder? Moment, was hatten wir da? Genau, G6. Und ich habe D4 gespielt. Ich fand die Stellung ganz okay für mich, deswegen spiele ich das nochmal. Und er hat jetzt Läufer, ah ne, er hat erst geschlagen, genau, und dann Läufer nach G7 und dann habe ich hier geschlagen. Genau, ich fand das okay. Oh, jetzt schlägt er mit dem B-Bauern. Jetzt schlägt er mit dem B-Bauern. Jetzt muss ich nochmal in meiner Erinnerung kramen, wie war denn das, wenn er mit dem B-Bauern schlägt? Ich glaube, das war auch richtig, hier mit dem B-Bauern zu schlagen. Wie spielt man das denn dann? Wiederspringer nach C3? Macht man Wiederspringer nach C3? Okay, ich spiele nochmal Springer nach C3. Okay, und damit nach C2. Okay, ich bin jetzt, ich weiß nicht, ob man das so spielen kann. Er hat das Läuferpaar, aber er hat einen Doppelbauer, das ist typisch. Aber ich hätte vielleicht erst auf A6 warten sollen. Wäre das besser gewesen. Turm jetzt ins Zentrum zu bringen, sieht sinnvoll aus. Läufer nach A6, pardon, H6 könnte ich spielen und sofort auf Abtausch. Ja, ich gehe sofort auf Abtausch. Ich möchte das Läuferpaar vom Brett haben. Das ist mir viel zu gefährlich. Und danach verbleibt er zumindest mit dem Doppelbauen. Also das ist zumindest etwas. Und das wäre ja okay. Also ich denke mal, dass er den direkt nimmt, oder? Nicht? Dann nehme ich ihn. Weil ich will den auf jeden Fall vom Brett haben. Also ich überlege gerade, ob er A4 irgendwelche Tricks hier hat. Der Punkt ist ja ein bisschen schwach. Oder wenn der Turm hier rüber spielt. Wobei ich glaube nicht, dass da so viel ist. Wenn ich B3 spiele. Da können wir uns schon fast auf ein Remis einigen. Ich denke, ich stehe hier etwas besser, weil die Turme stehen schön aktiv. Spiele ich hier einen meiner Lieblingszüge F3. Komm, den spielen wir. Und dann spielen wir König nach H1 und vielleicht H3. Ich möchte aus der Diagonale herausfällen. Nicht, dass da genau, dass da noch irgendwas passiert. Da gehen wir zur Sicherheit ein bisschen zur Seite. Ich muss natürlich auch mit Grundlinienmatte ein bisschen aufpassen. Vielleicht H3 spielen. Wobei H3 den Punkt wieder schwächt. Kann man aber, denke ich, machen in der Stellung. Ich hoffe es mal. So, jetzt eine Idee wäre Springer hier hin und vielleicht so auf den Punkt ein bisschen gucken. Und gleichzeitig den Damenabtausch. Vielleicht jetzt erzwingen gleich, wenn er nichts dagegen macht. Und vielleicht mache ich das auch. Vielleicht spiele ich dann den Damenabtausch. Darf ich... Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Darf ich den jetzt spielen? Nicht, dass er da... Aber da hat er kein Zwischendings. Also, da gehen wir doch ins Endspiel. Ich mag jetzt Endspiel. Von daher gehen wir ins Endspiel. Sein Läufer ist vielleicht in dem Endspiel ein bisschen stärker als mein Spiel. Er tauscht den Läufer auch ab. Okay, dann nehmen wir es hier mit Schach und nehmen dann hier. Und ich meine, ich stehe jetzt vielleicht ein bisschen besser. Aber schwer zu sagen. Ich meine, ich habe hier einen potenziellen Freibauern, wenn sich die abtauschen. So, jetzt wie rum nehme ich? Ich denke, ich muss... Ich sollte es sogar so rumnehmen. Schwere Entscheidung. Dann habe ich nämlich da einen potenziellen Freibauern am Rand. Kann er dann irgendwie auf den losgehen? Na, ich kann ihn notfalls decken. Genau. Noch muss ich ihn nicht mal decken. König aktivieren. Jetzt sollte er wahrscheinlich wirklich mal ins Spiel kommen. Wenn er den nochmal angreift, dann kann ich ihn verteidigen. Und ich stehe hier, denke ich, einen Hauch besser. Weil ich die bessere Bauernstruktur habe. Klassiker. Genau. Aber den können wir noch verteidigen. So. Jetzt ziehe ich den und habe den Plan F4. Hm. Für F4 vielleicht auch G3 danach. F4, G3. Turm hierhin. Ja, ich tausche gerne ab, denn ich denke, das Endspiel ist besser für mich. Wenn er weg geht, dann hängt dieser Bauern und danach dieser. Oh, das ist... Hm. Ich glaube, das ist nicht mehr gut für ihn. Das glaube ich jetzt, das kann ich jetzt nicht mehr glauben. Da gehen wir einmal vor. Hm. Den hat er auch noch. Okay. Gehen wir ein bisschen zurück. Aber jetzt muss er doch schon... Ich glaube nicht, dass er... Kann er sich das erlauben, dass er da den DEN abgrast, aber dafür hat er dann vier, viele... äh, hier viele Schwächen. Ja, jetzt möchte er mit dem König hier kommen. Ah, jetzt gehen wir erstmal da hin. Mit dem Plan, den Turm hierhin zu spielen. Ich weiß, er möchte mit dem König kommen, aber ich... Hm, ich glaube nicht, dass er da durchkommt. Noch nicht. Noch nicht. Und die Bauern sind potenziell ziemlich gefährlich. Hm. Kann er da einen Bauern abgrasen am Ende? Das könnte vielleicht sein. Gibt mir hier ein kleines Zwischenschach. Mit einem Remis wäre ich zu... Hm. Ich weiß es nicht genau. Es ist... Wenn er den Bauern bekommt, ist es für ihn gut. Wenn er ihn nicht bekommt, ist es für mich gut. Mhm. Das ist ein interessanter Zug. Ich spiele ihn einfach mal. Also, ja. Ziemlich verrückte Stellung. Turmentspiele sind sehr kompliziert. Ja, jetzt denke ich, er steht etwas besser. Aber ob es reicht für den Gewinn? Mhm. Sobald ich eben die Linie bekomme, ist auch wieder vieles offen. Der Bauer ist ziemlich schwach. Und hier ist 4 gegen 3. Da ist 4 gegen 3. Hm. Aber dann kriegt er vielleicht den. Schwierig, schwierig. Tak. Und dann macht er den. Okay. Wir müssen einfach da versuchen, irgendwie zu überleben. Ich biete ihm mal das Remis an. Aber ich denke, er wird weiterspielen. Ja. Den habe ich nämlich den. Dachte ich. Ach, das ist matt. Oh, das ist ja schade. Ähm. Okay. Also, aber das war schön gespielt von ihm. Vor allem am Ende. Wobei ich das Gefühl hatte, dass ich hier besser stehe, ganz am Ende. Mal gucken. Okay, da stand ich schon schlechter. Aber hier davor. Also hier ist rum. Da dachte ich, dass ich da nicht gut stehe. Ja, 0. Plus 0,3. Also ein bisschen besser für mich. Ah, dann war B4 noch zu früh. Erst A5 spielen. Ah, pardon, A4. Erst A4 spielen. Oder einfach nehmen. Einfach nehmen und ich stehe relativ gut. Mhm, mhm. Turm hier rüber. Bauer hier vor. A4. Ja, okay. Hm. Stand ich da vorne noch besser oder war das nur... War das gar nicht so. War das relativ ausgeglichen. Also der Computer sagt hier, dass sogar im schwarzen einen Ticken besser steht. Minus 0,6. Ah, hier steht... Okay, also der Damenabtausch war gar nicht so gut. Einfach den Springer entwickeln und weiß steht gut. Oder hier Springer A4 plus 1. Also ich stehe irgendwie schon... Da stehe ich schon besser, aber der Damenabtausch war wahrscheinlich etwas zu früh. Sonst war, denke ich, alles okay. Okay, also... Spannende Partie. Vielen Dank, Orca Chess, für dieses kleine Blitzmatch. War spannend. Ist jetzt 3-1 für ihn ausgegangen. Und auch wenn ich, glaube ich, in den ersten zwei Partien super Stellungen hatte, aber das muss man eben auch erstmal verwerten. Nur wenn man das auch verwertet, gibt das einen vollen Punkt. Sonst bekommt man unter Umständen nichts. So läuft es manchmal. Also dann danke ich euch fürs Zuschauen. Es war sehr spannend. Vielleicht spielen Orca Chess und ich auch mal wieder so ein Blitzmatch. Ich fand das ganz spannend. Genau. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich habe euch auch den Link zu seinem Kanal in die Videobeschreibung gepackt. Orca Chess heißt er auf YouTube. Genau. Schaut auch gerne mal bei ihm vorbei. Und wenn ihr mehr solche Let's Play sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.